Hallo und herzlich Willkommen zu meinem nächsten Video von Mario Kart 8. Ich habe schon einen Ost gesucht, nenne ich Wario. Hat den, ähm, spielen wir heute. Und zwar mit dem Wagen. Goldenen Reifen. Und das. Ihr wisst ja, beim letzten Mal haben wir den Panzer Cup, mit dem Panzer Cup gespielt. Heute spielen wir den Blumen Cup. Ähm, ja. Ich hoffe, dass ich wieder Erster werde. Wie immer. So, ich bin jetzt mal wieder zweiter. Und jetzt Erster. Zum Glück. So. Ups. Das war kaputt. Juhu. Was? Die ist schon wieder. Die Blüte, die wir euch aufholen, bitte. Was? Die ist schon wieder. Die Blüte, die wir euch aufholen, bitte. So. Jetzt bin ich schon wieder Erster. Juhu. Ja. Und dann. Achja. Ähm. Morgen ist es soweit. Morgen könnt ihr die Stimme von meinem Freund hören. Und dann. Achja. Ich hoffe, es gefällt euch, wenn wir zusammen die Videos machen. Können. Ihr könnt ja in die Kommentare schreiben, ob ihr aufgeregt seid oder nicht. So. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr das hier in die Kommentare schreibt. So. Und jetzt konzentriere ich mich wieder drauf zu bilden. Ui. Ich bin Marioisch. Du bist immer. Zwar mit unfairen Mitteln. Aber egal. Das ist ja Mario Kart. Das ist ja Mario Kart. Das ist ja Mario Kart. Dann ist das endlich mal erlaubt. So. Ich muss mich noch machen. So. Ich kann. Ich kann. Endlich könnte ich meine Hube richtig benutzen. Oh nee, jetzt bin ich noch drücker. Was? Und nun. Zack. Und da... werde ich wieder erster. Und habe gewonnen. So, und damit möchte ich mich verabschieden. Tschüss.